Die französische Liga startet dieses Wochenende in die neue Saison und anlässlich dessen gibt es natürlich auch zu dieser Liga meine Prognose, was ich denke, wer steigt ab, wer wird Meister ist natürlich auch eine spannende Frage bei dieser Liga und auch ansonsten gibt es von mir zu jedem Team die Endplatzierung laut meiner Prognose. Wir starten natürlich von hinten und auf Platz 20 habe ich Clermont. Die kommen jetzt in das zweite Jahr in der Liga, nachdem sie letzte Saison als Aufsteiger die Klasse halten konnten, aber sie haben halt vier wichtige Stammspieler verloren, darunter vor allem den absoluten Topscorer Mohamed Bayou, der mit 19 Torbeteiligungen an Lille für 14 Millionen verkauft wurde. Im Gegenzug haben sie zwar Gonalon verpflichtet, aber ansonsten jetzt nicht viel Nennenswertes und deswegen für mich auf dem letzten Platz. Auffang 19 habe ich dann den AC Ayaccio. Zu denen kann ich nicht wirklich viel sagen, außer dass sie als Zweiter aufgestiegen sind, nun aber den mit Abstand geringsten Kadermarktwert der Liga haben. Deren Trainer ist seit 2014 im Amt und so wird man wohl auch an ihm festhalten, auch wenn es schlecht laufen wird. Als nächstes habe ich dann auf Rang 18 Trois. Auch für die ist es das zweite Jahr in der Liga, aber sie haben halt den besten Spieler mit Biancon an Nottingham verloren und auch ansonsten sehe ich eher wenig Qualität in dem Kader. Auf Platz 17 habe ich dann Orger. Die haben sich nämlich als Dritter der zweiten Liga durch die mühselige Relegation in Frankreich gekämpft und zum Beispiel mit Kostil im Tor recht gut verstärkt. Daher sehe ich den knappen Klassenerhalt für sie. Das dachte ich zumindest, bis ich jetzt gerade gesehen habe, dass diese Saison in der Liga die letzten vier alle direkt absteigen werden, da die Liga auf 18 Mannschaften reduziert wird. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass alle Mannschaften, alle vier, die ich bis jetzt genannt habe, direkt absteigen würden nach meiner Prognose und dass Platz 16 die erste Mannschaft wäre, die die Klasse hält und das ist bei mir der FC Toulouse. Die sind als erster aufgestiegen aus der zweiten Liga. Zur Mannschaft kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, nur dass man vielleicht ein Auge auf Talent Thies Dalinga haben sollte, den man aus der Niederlande verpflichtet hat, weil der gefällt mir echt großes Talent. Mal schauen, wie der so einschlägt. Auf der 15 habe ich dann Montpellier. Die könnten meiner Meinung nach in den Abstiegskampf rutschen, nachdem man nach der starken Hinrunde in der letzten Saison Rückrunden letzter wurde und dennoch am Trainer festgehalten hat. Man hat jetzt aber auch drei Stammspieler wie zum Beispiel Molay an Schalke abgegeben. Dafür konnte man dann im Gegenzug Kaschri verpflichten. Der Kader an sich ist stark mit Spielern wie Savanier, Mafdidi, Wahi oder auch Omlin im Tor, aber diese Negativserie zum Ende letzter Saison besorgt mich so ein wenig. Einen Platz weiter auf Platz 14 habe ich dann den FC Lorient. Die haben Mvogo als Torwart gekauft von Leipzig und ich denke, sie werden nicht absteigen aufgrund der Qualität von jungen Spielern, wie zum Beispiel Tere Mofi oder auch Enzo Lefe. Außerdem ist Kribic auch von seiner guten Laie zurückgekehrt und da sehe ich schon die Qualität, dass die drinnen bleiben. Auf Rang 13 habe ich dann Orger. Die haben fünf Stammspieler verloren, unter anderem Talent Mohamed Ali Cho oder auch Fulgini an Mainz. Einen wichtigen Neuzugang konnte man wiederum mit der Laie von Sima von Brighton landen. Ansonsten ist aber dennoch noch genug Qualität im Kader mit Spielern wie Bufall oder auch Bernadoni im Tor, um letztendlich nicht abzusteigen. Als nächstes habe ich dann Startpresst. Letztes Jahr ist man sehr stabil im Mittelfeld gewesen und letztendlich Elfter geworden. Dieses Jahr wäre man dann Zwölfter laut meiner Prognose. Denn der Kader ist relativ unverändert und man konnte Lise Melou von Norwich holen, der letzte Saison recht gute Leistungen in der Premier League zeigte. Auf Platz 11 ist für mich der FC Nord. Durch die unverhoffte Doppelbelastung aufgrund des Pokalsiegs wird man jetzt trotz guter Qualität im Kader eher nur im Tabellenmittelfeld landen, so wie auch letzte Saison. Vor allem der ablösefreie Abgang von Kolumuani zu Frankfurt tut halt weh, aber mit Musa Sisoko konnte man sich auch Qualität und vor allem Erfahrung für das Abenteuer Europa sichern. Auf Platz 10 habe ich Stadras. Die haben Ekitiki an PSG abgegeben, das Geld dann aber richtig gut in Qualität auf mehreren Positionen investiert. So konnte man zum Beispiel Ito von Geng verpflichten oder auch Pence für das Tor. Der bestehende Kader ist sehr talentiert und wird, denke ich mal, erneut im Mittelfeld landen, mit Potenzial nach oben und zur Überraschung. Nach der überraschend starken Vorsaison wird für mich Straßburg ein bisschen nachlassen, aber dennoch souverän in der oberen Tabellenhälfte landen, laut meiner Prognose jetzt auf Platz 9. Man hat auf jeden Fall einen guten Trainer und konnte außer Katschi und Gilbert die wichtigsten Stammspieler halten und kann demnach die gute Saison, denke ich mal, bestätigen. Der RC Lens ist für mich auf Platz 8. Man hat mit Jonathan Clance und Jake Ducure zwei der drei wichtigsten Spieler für viel Geld verkauft. Dennoch hat man sie recht gut ersetzt auf ihren jeweiligen Positionen und man hat mit Buxa und vor allem mit Luis Openda sehr interessante Spieler für die Offensive verpflichtet, wodurch man die Schwächung der Sechser und rechten Ringback-Position mit einer Verbesserung der Offensive mehr oder weniger ausgleicht. Auf Platz 7 ist für mich der OSC Lille. Man hat jetzt mit Fonseca einen neuen Trainer und kann mit ihm einen Neustart wagen. Im Kader hat sich auf jeden Fall viel verändert. Man hat Renato Sanchez, Bootmann, Schelig und noch viele mehr verkauft. Dennoch ist noch einiges an Qualität da und man hat auch recht kluge Transfers getätigt, aber jetzt keine Transfers, die sie qualitativ über einen der Top 6 Clubs hebt. Mein Platz 6 wird gerade von vielen gehypt, aber ich bin da nicht ganz so überzeugt, nämlich bei Nizza. Favre ist jetzt wieder mal der neue Trainer. Man hat Ramsey, Schmeichel und weitere kluge Transfers getätigt, wobei ich bezweifle, inwiefern Ramsey und auch Schmeichel noch eine Verstärkung darstellen im Vergleich zu ihrem Namen und ihrem Gehalt. Daher traue ich ihnen maximal Platz 5 zu, aber lasse mich auch gerne überraschen. In meinem Fall wäre es jetzt Platz 6. Denn auf Platz 5 ist für mich Olympique Marseille. Das ist auch ein bisschen überraschend. Ich sehe sie vom Kader her eigentlich auch auf Platz 3, so in die Richtung, denn man hat sich trotz der finanziellen Situation qualitativ verbessert, nachdem man in der Vorsaison ja Vizemeister wurde. Aber ich sehe Neutrainer Igor Tudor nicht als passend an. Er war die letzte Saison Trainer von Hellas Verona und hat da zwar oft gegen die Top Clubs gepunktet, aber in Spielen gegen schlechtere Gegner war seine Mannschaft eher ideenlos und auch defensiv anfällig und zudem war die Vorbereitung von Marseille eher durchwachsen und deshalb glaube ich, dass sie ein bisschen einbrechen werden. Auf Platz 4 ist für mich's da drin. Man konnte die extrem talentierte Mannschaft weitestgehend zusammenhalten, bis auf Aguer, der aber mit Teat gleichwertig für weniger Geld mit mehr Potenzial ersetzt wurde. Die Mannschaft ist mittlerweile gut eingespielt und wird sich diese Saison weiter gut entwickeln und mit offensivem Fußball den Fans Freude bereiten. Auf Platz 3 sehe ich erneut die AS Monaco. Deren Kader wurde mit Minamino und Embolo mit zwei weiteren Kreativspielern aufgewertet, während allerdings auf der Abgangsseite der Verlust von Aurélia Chouameni sehr schwer wiegt und bis dato auch nicht aufgefangen wurde. Dennoch hat Clément, seit er als Trainer übernommen hat, gezeigt, dass er was Positives bewegen kann und vor allem erfolgreich Fußball spielen lässt. Olympique Lyon ist mein Platz 2. Nach Platz 8 im letzten Jahr kann man dieses Jahr ohne internationale Spiele voll in der Liga angreifen. Kader-Technisch ist man eindeutig die zweitbeste Mannschaft der Liga, doch so eindeutig wird es keinesfalls werden, denn man hatte so seine Probleme mit Peter Bosch, der dennoch im Amt bleiben durfte, was mich auch so ein bisschen überrascht hat. Nun muss er aber an die bessere Rückrunde anknüpfen und mit den Neuzugängen um La Cassette, Tolisso und Tagliafico für mehr Punkte sorgen. Kommen wir zu Platz 1 und da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Es ist natürlich Paris Saint-Germain. Man hat jetzt den Wandel gestartet mit einem neuen Trainer und Sportdirektor und man geht nun auch den neuen Weg, er Spieler für die Zukunft zu holen anstatt von alternden Stars. Gaultier hat jetzt die Dreierkette etabliert und als einer der besten französischen Trainer wird er mit dieser Mannschaft natürlich die Meisterschaft gewinnen. Das steht für mich außer Frage. Das war also soweit meine Prognose zur Liga A zur neuen Saison. Wo stimmt ihr mir zu? Was seht ihr ganz anders? Schreibt mir gerne mal eure Prognose in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und ciao.